Heimspiel, kennst du das? Heimspiel? Da gucken morgen alle, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich spiele selbst Frauenfußball und finde es sehr gut, dass die Heimspiele so viel über den Frauenfußball berichtet. Das muss man einfach lesen. Der lokale Sport, kompakt zusammengefasst, da steht alles drin, was ich wissen muss. Im Internet gucke ich immer. Jeden Tag fass ich echt. Wenn ihr Heimspiel gelesen habt, dann geht der Ball heim. Ja? Wenn ihr es nicht gelesen habt, geht er vorbei. Heimspiel, das Fußballmagazin fürs Münsterland. Flem die Asse-Sägers. Heimspiel, Heimspiel!